servus liebe world of warcraft freunde ich habe euch was mitgebracht und zwar dürfte das das was heißt lange sehen gar nicht mal so lange ersehen in relativ schnell paket von wisch sein gestern schön china post bekommen in der wisch app stand es wurde jetzt auch alles zugestellt also scheinbar wurden alle paar oder alle items in einem päckchen hatte ich so auch noch nicht aber gut nehmen wir mit und einziger was ein bisschen schade ist die mini silvanas erst war es ja ein zentimeter dann hieß es die war nicht verfügbar und ich durfte ersatz aussuchen dann habe ich die fünf zentimeter variante genommen und die war dann auch ausverkauft und dann gab es gar keine silvanas mehr wieder mini noch groß und da habe ich dann gesagt hilft nichts müssen wir dann müssen wir was oder müssen wir die rückerstattung nehmen in dem fall okay so ich mach mal auf hier ein bisschen drehen hier haben wir ein kleines packerl hier haben wir noch eins ich hoffe da steht jetzt nirgendwo die adresse drauf sieht nicht so aus dann haben wir hier ein großes packerl und hier noch ein kleines super economy steht da drauf also warte mal machen wir die mal beiseite fangen wir mit dem kleinen an super economy description of contents w also das müsste die eine halskette sein die wir bestellt haben und dann schauen wir mal was uns hier erwartet was für ein high quality stück wobei da ist jetzt einfach nur eine halskette machen wir mal hier ein bisschen auseinander da haben wir hier einmal world of warcraft und das horde zeichen das bändchen naja stinkt auch ziemlich ist jetzt nicht das hochwertigste aber das war nicht zu erwarten ich würde sagen für was war es ein euro oder so eine ahnung mal sehen wie schnell das ding hier kaputt geht hier aber doch mal so ist okay sich high quality biegt sich zumindest schon mal nicht so leicht durch also ich würde sagen ist in ordnung dann machen wir als nächstes mal das hier vermute das wird unser t shirt sein oh ja das ist das t shirt ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt es sieht schon aus wie wenn ich so ein bisschen so eine extra beilager aus der mickey maus also stoff sieht jetzt also der stoff fasst sich sehr merkwürdig an ist ein bisschen so eine breitmaß mal aus ist ein bisschen so wie wie soll ich sagen wieso trikot stoff von sport trikots nur in billiger größe xl und die länge kriege ich jetzt nicht komplett hier drauf aber ich würde sagen ich blende euch an der stelle dann einfach mal ein bild ein wie ich das gute stück trage da kann man das dann jetzt ein bisschen besser sehen gucken wir mal die rückseite auch selbe motiv artas ist jetzt ein bisschen unscharf wenn man das so sieht aber naja geht also die nähte unten sind zumindest auch nicht ausgefranst oder so ich muss also klar es ist jetzt kein hochwertiges designer shirt aber wer sagte er wollte schon immer mal mit artas durch die city laufen der hat hier die möglichkeit dazu ich bin echt sehr gespannt an dieser stelle müsstet ihr jetzt auch sehen wie ich es anhabe wie das dann getragen aussieht machen wir noch den geruchstest stinken tut es auch ziemlich also ich denke mal auf jeden fall erst mal waschen weil ich mir dann wieder nicht sicher bin in welcher größe das fertig aus dem trockner kommt weil es sollte ich wahrscheinlich gar nicht trocknen ne waschanweisung drin ja wash separately professional no dry cleaning recommended made in china also nicht trocknen und 30 grad wäsche okay aber es ist xl sieht aber aus wenn ich so vor mich hin halte wie eine deutsche m bis l also war glaube ich ganz gut dass ich die größe genommen habe so jetzt kommen wir zu dem guten stück da bin ich tatsächlich sehr gespannt wie das ding aussieht what wehe wehe da ist so ein scheiß ding drin und nicht in wov optik dann raste ich ja komplett aus dann wurden wir richtig gescannt okay hier ist jetzt hier sind jetzt auf einmal die ww bilderchen drauf karton hat auch schon gut was mitmachen müssen ich glaube das ist so ist der das ding standard das weckerchen und die haben glaube ich einfach nur an die kanten aufkleber drauf gepackt würde ich jetzt schätzen ah gut äh holy shit das ding ist super leicht also batterien what was okay es sind keine batterien drin aber dudeln tut er trotzdem warum auch immer off ne er steht auf off das ist irgendwie ziemlich mysteriös gerade wenn ich ehrlich bin ähm ach doch da oh gott ich bin so blind zwei kleine batterien okay also ist was mitgeliefert worden hätte ich nicht gedacht das ding ist super leicht ähm also das kannst du einmal in den kopf schmeißen und der merkt nix definitiv nicht ansonsten da stand doch irgendwas von glowing led tap tap ja und jetzt oder brauche ich brauche ich jetzt die batterien damit der am ende leuchtet oder wie set geht das das geht ab soll ich vielleicht auch machen wenn ich wüsste wie viel was gerade ist aber hat sogar eine temperatur anzeige mensch das ist ja wahnsinn ja also es ist wie gedacht ich glaube ja das ist einfach nur hier aufgeklebt kann man auch ab abzippeln ähm das motiv selber ziemlich unscharf und ich weiß nicht ob man das gut erkennt auf der kamera hier sind schon auch ein paar marken drin und allzu sauber aufgeklebt ist es jetzt auch nicht ähm hm was soll ich sagen keine ahnung was hat das ding gekostet 3-4 euro oder so was ist das denn kann ich sogar kann ich sogar kopfhörer anschließen oder was kann ich sogar kopfhörer anschließen oder was also auf jeden fall ein interessantes stück möchte ich mal sagen ähm geht wahrscheinlich dann auch wenn man es in benutzung hat ständig vor oder nach oder so aber mein gott äh wer es mag falls es jemand mag als zweiten wecker oder so kann er sich den durchaus aufstellen so die sachen hammer jetzt kommt noch das letzte stück und das müsste unser horde pulli sein ach so Plastik und noch mehr Plastik uah der pulli stinkt noch schlimmer holy shit so also so sieht das gute teilchen aus immer die kamera in die hand fahr mal das hier ganz immer so ein bisschen ab also so sieht der print aus ist qualitativ würde ich sagen ist jetzt okay wir haben tatsächlich auch ein ärmelprint von zwei streifen an der anderen seite ist nix hinten ist auch nix und es ist größe L weisverschlussjacke mit bendels innen drin muss ich sogar sagen fühlt sich für das geld ganz okay an ähm aber es stinkt bestialisch gerade also das ist richtig widerlich und ich muss auch sagen ich sehe es ja jetzt hier auf dem kameramonitor das der horde print so auf der kamera hat er wirklich dieses ja ich sag mal horde rot wie man es auch aus dem spiel kennt hier auf dem live geht es eher mehr so ein bisschen teilweise uns magenta farben ne ja ein bisschen komisch aber ich würde auch da sagen schicke ich noch mal ein bild jetzt mit ins video rein wie das ganze ausgezogen angezogen ansieht ausgezogen wird glaube ich keiner sehen und ja dann hätten wir dies unser high class art has t shirt und noch unsere unsere kette also alles in allem ähm ja mich überlegt euch dafür jetzt 40 euro ausgegeben habe frage ich mich auch was mich da geritten hat aber ähm nun ja könnten ja können auch drüber nachdenken hier so diesen wecker oder so das könnte man auch verlosen falls das überhaupt jemand haben möchte auf jeden fall hat er einen sehr schönen testbimmelton eben gehabt ja hm keine ahnung also alles in allem es ist wie soll ich sagen das t shirt finde ich sogar tatsächlich noch okay ich glaube wenn man das gewaschen hat geht's die jacke wenn sie passt glaube ich ist sogar auch ganz okay so für zu hause im winter vorm pc oder so glaube ich gibt es schlimmeres die äh halskette es ist halt auch sehr sehr leicht das ding also da wurde glaube ich nichts hochwertiges verwendet aber äh finde ich sieht ganz okay aus und der größte crap ist glaube ich hier der becker also er geht zwar aber das ding wiegt halt einfach mal gar nichts wie so gefühlt weniger als eine packung nudeln und wo der jetzt im leuchten äh im dunklen glowen soll weiß nicht ob das jetzt dran liegt dass es bei mir so hell ist das ist für ein ladegerät da hinten dran hier für das led led power supply dann leuchtet er auch im dunkeln blöd nur kein power supply also kein stecker das heißt wir wurden gescamt beim bäcker also das ist ein räudiges drecksviech und wird leider nicht leuchten schade aber es ist arthas drauf geklebt toll das ist natürlich bitter jetzt fühle ich mich schon ein bisschen verarscht aber gut was willst du machen ne nochmal kurz überall nachfühlen in den dingern nö ist nichts drin also wird man den bäcker nicht zum leuchten kriegen schade schokolade nichtsdestotrotz falls jemand interesse von euch an dem bäcker hat möge er gerne mal bescheid geben vielleicht können wir den ja doch noch verlosen beispielsweise und als reingabe gibt es noch die halskette oder so keine ahnung muss ich mal schauen in diesem sinne ich bedanke mich bei euch fürs zusehen ich hoffe das video hat euch ein bisschen spaß gemacht und ihr seht wenn ihr ww merchandise bei wish bestellt kann einiges bei passieren in diesem sinne lasst ein like und ein abo da wenn euch das video gefallen hat und damit danke fürs zusehen ich wünsche euch noch ein schönes wochenende lasst es euch gut gehen reingehauen bis zum nächsten bis zum nächsten